servus leute und seid herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal ja meine lieben freunde heute spielen wir mal footdraft soviel ich weiß ist es das erste mal auf diesem kanal dass ich im fifa 20 ein footdraft spiel und ja fifa 20 nähert sich langsam dem ende das heißt es wird jetzt langsam hier auf diesem kanal eher so fun projekte geben wie jetzt hier eben footdraft oder wir spielen auch in nächster zeit mal karriere ihr könnt auf jeden fall nächste woche mal einschalten da kommt eine erste fifa 20 karriere auf diesem kanal und ja bevor das video anfängt möchte ich euch noch darauf aufmerksam machen dass ich auf twitch derzeit streame dort könnt ihr mir gerne folgen link ist unten in der beschreibung dort streame ich eigentlich wöchentlich drei vier mal die weekend league wir ballern packs machen topper teen spcs und so weiter also da ist auf jeden fall genug content für euch da und ja falls ihr das noch nicht gemacht habt könnt ihr gerne hier auf diesem kanal ein abo da lassen und natürlich die glocke aktivieren um nicht mehr zu verpassen wenn ein neues video online kommt und ja falls euch das video gefällt könnt ihr das gerne mir mit einem daumen nach oben zeigen und ja dann habe ich ein bisschen jetzt gelabert und ich würde sagen wir gehen rein ich zahle die 15k von den coins einfach weil ich brauche die eh nicht mehr ich werde zu fifa 20 jetzt eigentlich kein team mehr bauen und ja die formation sind zur auswahl da und ich wäre irgendwie für die 433 offensiv ich habe die letzten drafts immer eine dreierkette genommen weil da halt die wahrscheinlichkeit höher ist dass da eine icon und so kommt beziehungsweise dass das rating höher ist und ich glaube vielleicht nämlich doch 343 flach herkomme ich nehme 343 flach mal schauen vielleicht bekommen wir ja direkt eine gute auswahl messi nein ist nicht gut ist nicht gut aber wir nehmen einfach mal ja gareth bale einfach so wir machen weiter mit dem rm vielleicht eine gute auswahl ok ein paar tots sind da aber der rest ist eigentlich schmutz also feg könnten wir mitnehmen für chemistry aber ich glaube ich gehe hier einfach mal mit rating und zwar nämlich gelärme einfach wegen dem rating wir wollen nämlich probieren das heißt rate team bauen vielleicht nur 94 oder so das wäre auf jeden fall krank nächste auswahl berg war berg kam oder owen und ganz ehrlich beide sind nicht schlecht ohne hatten noch mal ein rating weniger aber würden ein bisschen mehr chemistry geben weil einfach stürmer ist und der ist mittelstürmer wenn ich jetzt mal von den stats gehe glaube ich wäre sogar auch ein bisschen besser glaube ich obwohl er kommen wir nehmen mal bärkant im early und da gehen wir rein in die nächste auswahl kommen können was kommen ja da ist nicht schlecht ich denke mal wir nehmen weil werde dann können wir rechts mit der liga weitergehen oder wir können natürlich mit die bräune gehen und dann rechts wieder umbauen es wäre die andere option ich würde einfach mal weil werde nehmen weil die bräune da könnten wir noch den tots bekommen und ja dann nehmen wir hier einfach mal weil werde und gehen zur nächsten auswahl ist nicht schlecht wir könnten herrera nehmen für die chemistry oder renato augusto fürs rating und ja ich würde eher sagen wir nehmen renato augusto weil der herrera ich glaube der lässt sich nicht so gut spielen nächste auswahl kommt denn was abdelhamid ich würde eher zu abdelhamid gehen einfach weil er rating hat bei fandai könnten wir den tots noch bekommen oder auch den toti und deswegen nehmen wir mal abdelhamid und nächste iv mal schauen da ist noch mal eine gute auswahl mit dabei auch in sergio ramos den wir dann hier auch nehmen weil er einfach am meisten sinner gibt so viel ich weiß hat er einen tots aber ich glaube der wird nicht mehr in der auswahl hier kommen der keeper wird sehr wahrscheinlich handanwitsch einfach weil er das meiste rating hat und die anderen auch nicht reinpassen deswegen nehmen wir mal ihn okay nächster spieler kommen wieder iv aber da passt eigentlich nicht wirklich jemand rein ich nehme mal makano weil der noch ein link zu sergio ramos hat und dann kommen wir zum lm mal schauen wieder gute auswahl simon okay wir könnten simon oder dem martinelli nehmen martinelli wird reinpassen von der chemistry her simon den könnten wir dann mit abdelhamid verlinken aber ich weiß nicht ob ich hinten wirklich mit der liga gehen will ach komm wir nehmen jetzt einfach mal simon und stellen dann hier so um bringt noch mal sex chemistry mehr und dann machen wir weiter mit dem lf vielleicht eine gute auswahl nein leider nicht dann nehmen wir einfach mal den 77 wargas und dann gehen wir einfach mal mit rating max kruse kann rein und das wird eine gute auswahl ja ja let's go over mars let's go und ich würde sagen wir packen ihn auf lf wenn es nicht anders geht müssen wir dann wahrscheinlich so umstellen aber derzeit sollte es so reichen nächste auswahl ist keine schlechte auswahl um ehrlich zu sein aber passen halt wirklich nicht alle so gut rein wir könnten jetzt oplack nehmen um hinten auf jeden fall ein bisschen mehr chemistry zu bekommen aber das wäre halt nur ein link und zwar zu sergio ramos wir könnten theoretisch kavajal nehmen oder kordi alba aber da ist die frage wir nehmen wir davon also ich würde eher kordi alba jetzt hier nehmen gehen dann für abdelhamid rein an simon mit overmast tauschen dann sind wir glaube ich bei mehr chemistry okay dann bauen wir es mal so wie es gesagt habe okay gibt ein bisschen mehr chemistry und dann sind wir hinten eigentlich schon ganz gesaved nächste icon und auch nächste gute icon garincha oder riquelme ich nehme da einfach mal garincha und stelle den dann auf den rm vielleicht finde ich hier ein bisschen umstelle könnte es auch besser gehen wir lassen es jetzt erst mal so also der renato augusto muss auf jeden fall noch weg und dann bauen wir noch einen guten keeper aber das wird wieder eine gute auswahl ne doch nicht okay da gehen wir mal mit rating da costa für birthday kann rein und nächste auswahl ist jetzt nicht so gut dann nehmen wir grellisch weil er einfach 84 rating hat und jetzt legt hier gerade ea sports hallo okay wir sind durch grellisch ist drin nächster spieler ist silber okay dann nehmen wir natürlich rating macht am meisten sinn ich versuche mal das rating ein bisschen hoch zu pushen gleich geht es ja direkt auf die 91 ja okay und geht nicht höher 10 chemistry fehlt uns noch promise ist dabei in der auswahl wäre ein guter spieler aber ich schaue gerade wegen der chemistry wir können theoretisch parejo nehmen und der ist halt scheiße aber wir werden dann auch voll chem hat aber auch nicht das meiste rating von den spielern hier man wäre möglich aber können wir auch nicht richtig einbauen also ich würde jetzt sogar einfach mal sagen wir nehmen den parejo einfach um auf nummer sicher zu gehen wir packen dem mal hier für renato augusto rein und jetzt sind wir fast schon auf voll camp bauen nur noch ein keeper ein gutes wir müssen einfach hoffen dass die keeper auswahl gönnt und die auswahl ist jetzt wirklich nicht die beste deswegen würde ich sagen nehmen wir den rafa bei kubacic können wir nicht einmal und dann hat rafa das meiste rating kommen wir zu den letzten drei spielern zwei verteidiger und der keeper kommen können noch mal eine gute auswahl okay wir können jetzt nachschau fernandes nehmen oder kappa dann könnten wir hinten uns absichern auf jeden fall dann bräuchten wir nur noch ein keeper aus der la liga und ich würde mal sagen wir nehmen nachschau fernandes und das bringt erst mal ein bisschen weniger chemistry aber mal schauen vielleicht bekommen wir hier noch in verteidiger Nein aber ein van deyck van deyck okay können wir machen und jetzt bitte gönnen guten keeper eine icon wäre auch nice nein nein das ist keine nein nein keiner von denen spielt in der la liga fahrt okay jetzt wird's kompliziert also mit rufier könnten wir abdelhamid hinstellen aber sonst eigentlich wirklich niemanden mit lori könnten wir van deyck hinstellen aber sonst eigentlich auch niemanden mit neuer könnten wir theoretisch da costa hinstellen und mit siri goo könnten wir glaube ich gar keinen stellen genauso wie mit sommer da können wir auch nur da costa hinstellen also ich glaube vom rating her wäre es am schlauesten wenn wir jetzt nur wie nehmen und deswegen nehme ich ihn und pack den ein und können dann den ihr da hinstellen und dann sind wir eigentlich fast schon auf voll cam nur der lori halt nicht und das ist halt ein problem jetzt okay so manager auswahl okay da ist schon mal hier ein guter trainer premier league und jetzt hat lori 8 chem und ich würde sagen das passt auf jeden fall okay so dann sind wir hier eigentlich fertig leider nur 191 draft ich hätte schon ein bisschen mehr erwartet bin ich ehrlich zu euch aber naja was willst du machen ich glaube das könnte nochmal ein bisschen mehr bringen wenn wir so umstellen genau und dann vielleicht ihn bringen ja ich glaube der alba hatte nur acht äh nur sechs chem okay das hier wäre dann also das endteam ist nicht so gut aber man kann auf jeden fall damit spielen okay das erste team ist nicht so gut aber also von der chemistry her aber die spieler sind halt echt asozial gut vor allem der sturm also verteidigung oder die defensive vor allem geht noch so aber der sturm mit messi mit charles und neymar und dinio ist halt schon krank also das wird echt schwer ja jetzt ist bärkamp durch muss nur noch einschießen what the fuck was was war das für ein schuss holy shit dude bärkamp let's go 1 0 in der siebten minute simon ist durch simon 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 oh let's go der keeper hat den er der gegner hat den keeper da auch noch hin verstellt ich dachte er schießt jetzt komplett den gegner an nein 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 ea sports nein wechsel doch wechsel doch zu garin und nicht zu dem der die ganze zeit nur auf einer stelle steht und zehn meter weg ist man dieses spiel ist so schlecht jetzt bärkamp komm ja 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 war schon ein bisschen geswertet aber ganz ehrlich hat der gegner verdient hat er sowas von verdient für das gegentor ey 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 was ist das für ein scheiß spiel ganz ehrlich ea sports so obvious wie das gefakt wird dass er sich auf einmal in den gegner dreht obwohl ich das nicht eingegeben habe auf einmal dreht er sich obwohl ich die ganze zeit nach rechts gedrückt habe simon komm renn junge will der den keeper ne zieh nach innen und jetzt lang ist er auch was ist das für ein scheißschuss gewesen fail 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 nein mach jetzt oh let's go weil wer der kommt hier keiner deckt dem in den rückraum ne keiner kein kein einziger spieler von der ki deckt die spieler im rückraum wo es so obvious ist dass er hinspielt man es ist so obvious man nein 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 hier ist das ihr seid die behinderte firma auf dieser welt ihr habt keine ahnung vom fußballmann was ist das auf einmal ist der gott komm wer kann bitte hol den keeper aus ja nein 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 ja 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 ha 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 lets go easy Junge easy komm nein ea sports nein nicht in der nachspielzeit also ihr seid wirklich die größten hohen söhne auf dieser welt ea sports also so eine dreckige Firma so schlecht ein spielfaken ganz ehrlich es kann nicht sein dass er auf einmal mit einer sekunde auf einmal wie gott sein soll Oh, das ist ein Vaterspiel, Mann. Komm, Bärkamp. Simon. Simon. Mach den. Komm, Jürgen. Ja. Let's go. 6-5. Komm schon, Junge. Nein, 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 nein. 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 Sehen wir, dass der nicht trifft? Ja. Let's go. Komm. Den halten wir. Ja, let's go. Komm. Es ist gelern, komm. Ja, let's go. Komm. 2-0. Schieß. Schieß. Nein, das war so klar. Nein, nein, nein. Wieso? Komm, Simon, du packst es, Junge. Er geht. Ja. 3-1. Komm. Jetzt halt noch. Ronaldo. Ach, come on. Komm schon. Inhalt dich. Inhalt dich. Komm, Ronaldo. Du bist schlecht. Nein. Wieso? Wieso? Fuck. Nein, das kann es nicht sein. Nein. Ey, jetzt muss er treffen, oder? Ne, ich glaube, er kann noch einmal versemmeln. Und dann muss ich rein machen. Oh, ne. Richarly ist um fuck. Wo wird der hinschießen? Er schießt recht. Rechts. Ja. Ah, ne. Ich muss auch treffen. Fuck. Ey. Halt dein Maul. Bitte triff. Overmars. Oh, ne. Ja. Let's go. Let's go, Junge. Komm. Ey, was ein Finale hier nochmal. Was ein Elferschießen. Ey, aber Freunde. Da das jetzt ein bisschen länger wurde, glaube ich, ich nehme jetzt 40 fucking Minuten auf, spiele ich die letzten Spiele, oder vielleicht auch schon das letzte Spiel, im Livestream, damit ihr da vorbeischaut. Und auf jeden Fall, schaut auf jeden Fall auf Twitch vorbei. Da, ja, da stream ich das dann. Ja, folgt mir da. Aktiviert die Glocke, um den Stream nicht zu verpassen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Sehr wahrscheinlich am Dienstag. Ne, Mittwoch. Ne, Montag. Bei den Weekend League Highlights. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, zeigt es mir mit einem Daumen nach unten und mit einem Abo. Und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, wie davor schon gesagt. Und dann würde ich sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.